Hi, Servus und Hallöchen. Willkommen zurück hier bei Test.net, die Warteste der neuen Generation. Heute habe ich euch mitgebracht eine Kameratasche und zwar von der Firma Kuhlmann. Ist mir jetzt leider kein Begriff, scheint aber ein sehr, sehr hochwertiges Material zu sein hier. Sehr geil verarbeitet, so wie das Ganze ausschaut. Im tollen Design, im neuen Jugendclub, wie man so schön sagt. Einmal, Tragegurt ist mir dabei. Tolles Fach, groß genuges Fach. Zum einen für die Kamera und auf der anderen Seite natürlich auch fürs Objektiv. Das Ganze ist aber auch rausnehmbar. Einfach mal selber ausprobieren. Falls ihr die Internetadresse vergessen solltet, steht dann hier nochmal im Kleingedruckten extra drauf, kuhlmann.de. Hier oben habt ihr Platz für Speicherkarten, Akku und so weiter und so fort. Alles weitere findet ihr ansonsten in dem Pack, Beipackzetteln, wo von Kuhlmann mit dazugegeben wird. Die Tasche heißt Kuhlmann Pro Sydney Aktion 150 Black mit blauen Reversstreifen. An den Seiten nochmal ein paar Möglichkeiten, um irgendwelche Chipkarten oder sonstiges zu behören für die Kamera zu verstauen. Ja, das Ganze ist mit 370 Gramm ziemlich leicht, 130 auf 95 Millimeter. Finde ich auch ganz in Ordnung als Passat. Also passt in jede Reisetasche, in jeden Koffer. Ich würde sagen, die Urlaub werden kommen. Eine neue Kamera vielleicht auch. Überlegt es euch. Idealerweise mit der Kuhlmann Tasche. Wir schicken die ins Labor, checken das mal durch. Alle weiteren Ergebnisse findet ihr auf test.net. Danke euch. Ciao. Ciao.